Bei Microsoft gefällt mir am besten unsere Kultur, die sehr offen ist und wo Diversität und auch Inklusion im Vordergrund steht. Und jeder von uns die Möglichkeit hat, sich weiterzuentwickeln, sowohl persönlich als auch beruflich. Und vor allem unsere Mission, jeden Menschen und jede Organisation auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen, ist für mich sehr wichtig, da ich das Gefühl habe, dass ich jeden Tag mit meiner Arbeit einen positiven Einfluss in unserer Gesellschaft habe.